Hallo und herzlich willkommen, ich bin Kuschel und in diesem Video zeige ich euch, wo ihr Fortball Nr. 34 finden könnt. Und zwar findet ihr Fortball 34 zwischen einer Gabel und einem Messer. Und ihr wisst, Messer und Gabel finden wir einmal hier bei Fadalfields. Geht einmal dorthin, wo ihr eben den Gameplay seht. Zwischen den beiden gibt es so ein kleines unterirdisches Verbindungsstück und hier, wo eben der Kisten-Spawn sein kann, ist einmal Fortball Nr. 34. Danke fürs Gucken, ich hoffe das Ganze war hilfreich. Vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, damit wir uns auch pünktlich zum nächsten Video wiedersehen.